Einen wunderschönen guten Tag Leute zu einer Runde Battlefield 4 auf dem Kanal der Anlage-Nerds von mir, dem Gamerfreak. Ja, wir spielen den neuen Modus und zwar Gunmaster. Ich habe vorhin schon ein, zwei Runden gespielt und habe immer eher so durchschnittlich abgeschlossen. Aber ja, mal schauen, was wir so gerissen kriegen und ja. Ah, da war doch einer. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ja, mal gucken, was wir so gerissen kriegen. Okay, erstmal schon mal gar nichts, weil ich einfach total scheiß bin. Ja, übers Wochenende kamen keine Videos von mir, gerade von Witcher 3 nicht. Oh, Hilfe zählt als Kill. Ja, da, äh, Hilfe zählt als Kill. So, haben wir ja unseren ersten Kill. Nee, aber wie gesagt, übers Wochenende kamen keine Videos von mir, weil ich ein wenig feiern war und ein bisschen Privatleben. Müssen Spaß haben. Muss ja auch mal sein. Ach, du Fotze, Mensch. Ja, man sieht schon, also der... Unglaublichen Skill heute von mir wieder. Nee, Quatsch. Das ist natürlich auch mal so eine Sache beim... Aufnehmen. Ne, wenn man dabei quatscht und alles... Ich dachte eben da Lichter, ne? Äh, ist das immer noch ein bisschen schwieriger. Was? Ich bin noch ein wenig verplant. So, dich haben wir, jetzt haben wir eine neue Waffe. Ich hasse die, äh, das müsste die DAO sein. Ja, die DAO 12. Aber ich meine, hey, wir haben immerhin schon unseren ersten Kill. So, ähm, ich nehme übrigens momentan auch mit einer neuen... Ja, mit einem neuen Aufnahmeprogramm auf. Sonst habe ich immer meine AvaMedia gehabt. Äh, bei der war ich auf 30 FPS die Sekunde limitiert. Und, ähm, ja, ich habe jetzt ein neues Headset. Das ist ein 5.1 Headset. Und damit habe ich ein paar Probleme, äh, gleichzeitig bei Aufnehmen auch Sound zu haben. Sprich, ich müsste immer Headset wechseln. Und, naja, das ist ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir jetzt mal die... Ja, habe ich jetzt mal die AvaMedia abgeschlossen. Also, weg vom PC. Und, äh, nehme jetzt gerade mit Shadowplay auf. Das einzige Blöde bei Shadowplay ist, dass, ähm... sich das mit meinem Standmikrofon nicht verträgt. Also, der Pegel ist dann immer total übersteuert. Egal, wie ich den bei Windows einstelle. Ah, Gott, äh. Ja, man sollte nicht immer nur Skips spielen. Nee, auf jeden Fall, äh, der Pegel wäre halt, äh, immer total übersteuert. Ähm, sprich, ich müsste flüstern. Deswegen habe ich, äh, jetzt momentan im Game-Bild mit Shadowplay am Laufen und, äh, meine Stimme mit Audacity. Ich bin gespannt, wie das läuft. Es ist jetzt halt auch gerade mal so eine kleine, ja, Probeaufnahme, kann man sagen. Da müssen wir halt mal gucken. Ähm, was allerdings zum Vorteil sein könnte, über Shadowplay nehme ich jetzt mit 60 FPS auf. Ähm, 60 FPS auf. Das konnte ich vorher nicht mit der Ava Media. Das hat die nicht unterstützt. Ähm, und ich bin jetzt gespannt. Ich werde zwar trotzdem noch auf 30 FPS rendern, weil einfach meine Internetleitung zu schlecht ist für 60. Aber ich glaube, wenn ich mit 60 aufnehme und mit 30 Rändern, sieht das 30 trotzdem noch schöner aus. Ist zumindest so meine These. Ob es stimmt, ist natürlich eine andere Sache. Aber das werden wir dann sehen. So, jetzt will ich erstmal die Sniper loswerden. Hier ist der Grauenhaft. Ich höre Schritte. Was? Also war knapp, ey. Der dritte Schuss hat fast gesessen. Aber ich habe eben, wie bei CSGO, nach dem ersten Schuss, äh, Kurs Waffe geswitcht. Sollte ich mir im Battlefield vielleicht abgewöhnen, ne? Das ist... Ah, ich bin nicht der beste Scharfschütze. Gebe ich zu. Äh, wir spielen das Ganze hier übrigens im Hardcore-Modus. Autsch. Alter, der Typ hat mich jetzt schon zweimal gekillt mit der gleichen Waffe. Kriegt der ja keinen anderen, oder was? Was ist denn hier los, Hammer? So, probieren wir das Ganze doch noch mal. Ah, gehen wir halt mal wieder ein bisschen in den Nahkampf hier. Da ist irgendjemand. Egal, wie suchen uns jemand anderes hier. Ja, komm, fuck off, Alter. Im Springen und was weiß ich nicht. Verleck mich doch an der Füße, ey. So, komm, lass mich spawnen. Dankeschön. Jawohl. Ich hab' ein bisschen wenig Leben, ne? Das find' ich ein bisschen kacke. Aber, was will man machen? Kriegen wir schon irgendwie geschissen? Egal, wie haben wir noch mitgenommen? Ey, mein Aim in Battlefield ist echt nicht gut. Gebe ich zu, aber was soll's. Wir sind gar nicht mehr so weit vom Abschluss, ne? Wir spielen relativ weit oben. Bisher, ich hab' zwei Runden, äh, Gun Game bisher gespielt. Ähm, und hab' da den sechsten und siebten Platz belegt. Also, vielleicht werde ich ja jetzt mal ein bisschen besser hier. Oder einfach die anderen in der Lobby schlechter. Das wäre mir auch recht. Ne, mal schauen. So, wo sind denn hier die Gegner? Ja, hätte er sich nicht ange... Hallo, wo bleibt denn das Worldplay hier? Ne, Quatsch, falsches Spiel. So, lassen sie mich spawnen und bitte... Ich möchte gerne ein paar Waffen höher kommen. So, hier oben sind doch bestimmt vielleicht... Ah, Gott. Ja, komm, er springt über mich, oder was? Ja, ich hab' grad, äh, den besten Lauf meines Lebens. Wir sind schon wieder zwei Plätze nach unten gerasselt. Ach, ich will mal eine Runde Gun Game gewinnen. Das wäre irgendwie ganz geil. Nur, es läuft gerade einfach nicht. Muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren da... Ja, komm, fuck off, du kleine Hure, Alter. Meine Fresse. Ja, jetzt lass mich spawnen. Ich will nicht jahrelang gucken, wie der Typ hieß, der mich erschossen hat, äh, getötet. Ja, erschossen ist schon richtig. Ich, äh, ich werde mal gucken, äh, da ich nicht kontinuierlich hier durchlabere. Ja, Killhilfe, fuck off, ey. Muss ich mal gucken, ob ich... Ich geh weg. Äh, muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen am Schneiden bin, dann im Nachhinein, oder ob ich das so, äh, ja, komplett hohlade. Ja, genau, mein Spawner ist direkt im, im Schussfeld, das ist ja auch super. So, ich hätte jetzt gerne noch zwei Kills. Zwei Kills. Ja, fuck off, wo bist du jetzt schon wieder? Das ist ein scheiß Sniper, ey. Ja, fuck Killhilfe, ey. Ich raste hier gleich aus, ey. Macht, äh, ziemlich Spaß gerade. Vielleicht sollten wir das ganz einfach mal ruhiger angehen, ein bisschen. Pre-Aim hier, äh, hier komme ich natürlich nicht runter. Okay, wie viele Killhilfen soll ich denn ungefähr noch machen? Wenn man die zusammenrechnen würde, ne, hätte ich jetzt schon einen halben Server getötet, ey. Ne, Quatsch, aber geht doch. So, und jetzt bitte noch so einen. Ja, von vorne, von links, von rechts, aus seinem Arsch, überall. Gute Laune heute. So, ein Kill noch, dann sind wir bei der AWS. Ist nicht so meine Lieblingswaffe, aber kriegen wir hin. Okay, okay, konzentrieren. Fuck, egal. Wir sind schon mal zwei Waffen weiter, das ist ganz gut für den Gemütszustand. Wir sind noch wieder Platz 5. Unter die ersten drei zu kommen, ja, natürlich ganz geil, ne, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Dafür spiele ich zu selten Battlefield, wobei ich sagen muss, dieser Gunmaster-Modus, fuck off. Ah, der gefällt mir jetzt schon ganz gut. Also den könnte ich mir öfters mal vorstellen. What the fuck, wollt ihr mich messern? Naja. Egal, hat er uns einen Kill mitgeschenkt? Da sage ich nicht nein zu. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, wo der Rest der Horde ist. Und der Sniper hier runter ist jetzt natürlich auch nicht so das Beste. Na komm, wo sind sie hier? Ich darf schon, ich treffe hier nur das Geländer. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir schon die Pistole. Da zieht er wunderbar aus. Oh. Jawohl. Alter. Scheiße, egal. Ich hasse das an der Waffe, da muss man das Licht ausschalten, weil wenn man das Licht an der Waffe anlässt, dann ist man natürlich sowas von, ja, offensichtlich, das ist dann schon wieder nicht gut, ne. So, spawnen. Ich glaube, wir gehen unten rein, das ist gefühlt die bessere Wahl gerade. Draußen ist man halt immer so, ja, ja, Futter für die Sniper. Und hier drin halt Leute mit der Bulldog, ne. Ne, Quatsch, er war halt einfach schneller am Schießen. Ey, cool, aber wir haben den Kill noch gekriegt. Also wir haben ihn noch ganz gut gehittet. Hätte ich gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte eigentlich, ich hätte volles Rohr daneben gesammelt. Aber na gut, sage ich nicht nein zu, wenn uns ein Kill geschenkt wird. Als nächstes kommt auch schon die Bulldog, sehe ich gerade. Das ist ja wunderprächtig. So. Ah, nicht gut. Halleluja. Ich glaube, der hätte mich nicht gesehen, wenn ich nicht geschossen hätte. Ich bin mir nicht sicher. Aber was soll's. Ja, wir machen uns, wir machen uns. Also, gar nicht mal so schlecht, aber wir werden die letzten nicht mehr einholen. Der eine braucht nur noch zwei, also zwei Waffen, dann ist er schon auf der letzten Stufe. Fuck, ey, da war er schneller. Ja, wohl, und der hat es natürlich jetzt innerhalb Millisekunden geschafft, die zwei Waffen hochzukommen. Na gut, was will man machen? Wir haben es leider nur bis Stufe 22 geschafft. Viel mehr werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hinkriegen. Schade. Ich bin noch nie so auf die letzten zwei Waffenstufen gekommen. Würde ich ganz gerne mal machen, weil ich weiß gar nicht, was es da oben so viele Waffen gibt. Wo ich auf jeden Fall nicht immer weiterkomme, ist diese Aion-Waffe. Phantom oder sowas. Bin mir nicht sicher. Könnte auch... Nee, Phantom war, glaube ich, der Bogen. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Wie gesagt, so oft spiele ich nicht Battlefield. Jetzt eigentlich gerade nur im Gunmaster-Modus. Aber was soll's. Wir haben Platz 7 erreicht. Ja, also man sieht, meine Statistik wird nicht besser. Egal, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr wollt, kommt ihr beim nächsten Video wieder vorbei. Haut da rein.